Es war unser Land und es bleibt unser Land. Jetzt wiederum, aber ihr werdet sehen, Tausende werden kommen und sich aufopfern. Römerhänse sind die Quellen, aus denen der rote Saft unserer Freiheit sprudelt. Judas, das Reich Gottes ist in uns. Wir lassen uns nicht zu Unvollämmen auf den Altären der Römer machen. Wir nicht. Schwach ist er. Anhimmeln lässt er sich von diesen Weibern. Der Mensch gehört ungekrempelt, radikal. Die Eiterbollen sind herauszuschneiden aus dem Fleisch der Menschheit. Schaut, dass sie verschwinden. Der Messias wird als zertreten, ihr elechte Würmer. Der Tempel gehört sauber gemacht. Jesus, bitte, bitte schau mich an. Was soll ich denn tun, dass du mich hörst? Ich bin das Lamm Gottes. Ich muss gehen. Er ist der Kopf. Er denkt sich das Königreich der Seele und entwirft das Paradies des Friedens. Nur, der Kopf braucht Glieder, Arme und Beine. Die Menschen wollen Frieden. Du setzt dein Leben aufs Spiel. Und jetzt komm. Vater! Warum? Vater! Nimm diesen Krelch von mir. Vater, bitte, gib mir ein Zeichen. Lass mich nicht allein. Ist diese Stadt nicht ein Juwel? Ein Paradies. Das himmlische Jerusalem. Mein Gott, ich kenne dich doch. Ja, ja. Was ist mit dir? Man hat ihn verhaftet. Er hat geglaubt. Er kann sich auf mich verlassen. Petrus, wie soll es mit uns weitergehen? Du hast den Tempelhändlern den Helm gezeigt. Da hat die Menge noch an dich geglaubt. Auf Kosten unserer Autorität. Und du hast gesagt, dein Reich sei nicht von dieser Welt. Da ist freilich, da soll sie anders verstummt. Gewaltbereite Randelierer führen jetzt das Regiment. Ausgewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Methoden. Ihr betet vielleicht für die Armen. Tragt euer Mitleid zur Scham. Bedauert mit schönen Worten das Schicksal der Armen und gebt ein paar Seferzen. Wer aber gibt ihnen Brot? Bruder Marakain, wo bist du? Hey! An deinen Fingern krebt das Blut deines Kroners. Und an meinen krebt Gottes Blut. Verfluch der Tag meiner Geburt! Verfluch das Reich, das ich auf Erden kommen sah! Schützt er euch vor Gewalt? Nein. Woher kommst du? Aus Nazareth. Sehr gut. Als Galiläer ist er des Herodes untertan. Willst du seinen Kopf? Nun gut. Hol Salomir. Als der Tanz, dann der Kopf. Bestie! Beheh auf! Vor dem Liegen musst du noch ein wenig hängen. Vor dem Hängen musst du noch ein wenig gehen. Warum liegt das Volk vor dem Kaiser? Hier liegt der König vor dem Volk. Alles Blut der Propheten wird sich zu einem Strom weinig. Solange wir nicht über uns selber bestimmen und solange die Römer Ruhe und Ordnung und den Frieden diktieren und wir hier in Mariletten sind, solange werden wir noch dazu gezwungen sein, Opfer zu bringen. Jesus! Wo bist du? Warum lässt du mich in der Welt zurück? Perlen ausgegossenen Glücks. Sie rollen dahin. Es am Halfter, am Ölberg. Bestochen, was? Nein! Wisst ihr, was das bedeutet? Jawohl! Verdammt, nimm noch mit der Götter! Lieber Mann! Jetzt räum ich mit mir um! Ja! Und es ist los, es gelassen! Ja! Was ist los? Er hat den Leichnum des Nazareners gestohlen. Plötzlich ist er in der Tür gestanden. Ist das wirklich? Ist das wahr? Ja, so wahr wir leben. Hab ich's dir nicht gleich gesagt? Bin weder prünkt noch drauf. Genau! Ich sage es. Dass ich sie mir mit dir bedenken. Ja! Ich sage es. Ich gehe mit dir bedenken. Ich sage es. Ich sein mir wert! Es ist das Blocksmitz-V kompletter! Ja! cues in inaccurals Èmals auch vierzig. Ja! Ich sage es. Oh, ja! Untertitelung des ZDF, 2020